Grüß euch Leiden, willkommen zurück zu Resident Evil, die fünfte Episode, ähm, wir wissen schon von der letzten Folgen, dass jetzt ein dicker Boss kommen wird, das ist der Ausgang, warum, wir gehen dann da aber auch hin, also gehen wir da hin, why not, let's go, ich will nicht irgendwo aufergräuen, weil ich aufergräuen kann. Right, da muss ich genau hin, da unten ist ein Schatz, wir gehen an die Oren. Interessant. Where are the enemies? Ah, was sind die? I don't like those. Oh, da kommt der letzte Viper sein. Das war optimal. Das war klar der Schlüssel. Viper, Viper, Viper. Keine Viper, ob ich hören muss, genau, die höre ich. Na, sonst nichts. Nur die, äh, der, 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 der Nussknacker. Und eine Kiste, die wir nicht öffnen können, weil wir keine kleinen Dinger haben. Na ja. Dann gehen wir weiter. Wir müssen schauen, dass wir heute, äh, einen Boss, Zerrlichen. Ah, das Schloss neben der Tresk. Was macht der, äh? Oh, ist das Ashley? Definitiv nicht. Oh, der Präzist. Ihr müsst die Lunge punktieren, dann schwimmt nämlich die Leiche nichts. Never mind. Wie war das denn? Wow. Was ist das? Boah, ich komme so schnell mit Wegen. Jesus Christ. Ah. Okay, Schloss dem Tresk. Ja. Schau, das ist was. Nicht wirklich. Ah. Da ist ein Boot. Ja. Der Weg in die Höhle. Alles klar. Dann machen wir uns auf den Weg dorthin. Ich bin wieder runter und dann rum. Ach so, wir müssen da runter. Perfekt. Da ist irgendwas. Wieder irgendwas zum... Oh, da habe ich auch so ein Teil. Das Brotbenzin wird zusammen mit dem Benzin von dem Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Okay. Na? Gucken wir doch. Okay. Ich glaube, wir werden wirklich den Dicken direkt einmal haben. Hoppa. War das... War das gescheit? Ja, war es. Da haben wir schon eins. Aber noch nicht alles. Das ist aber auch noch zwei. Und dann können wir wieder zurückkehren. Die letzte Viper noch. Irgendwo ist der blau ist Tyler. Okay. Perseiten. 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 Ja, wir haben noch kein... Einziehen. Ich bin nicht sure of this, äh... Über den See zu fahren. Wir müssen aber... Oh, nö. Alles klar, wir rennen durch die Höhle. Wir müssen nicht kämpfen. Wir können... Äh, aber... Was ist los? Damn. Wir sind im Wasserland. Goddammit. Aus dem Wasser. Gut. Okay. Das ist jetzt nicht der Wettbewerb. Na! Le Tengo! Na! Stop it! Okay, wir haben noch HP. Okay. Ich muss noch ranne! Stopp! Ich muss ins Inventar! Danke! Wie viel heilt jetzt ein grünes Grad? Forstvolle! Okay! Was? Was? Möchtest du jetzt kurz ausweichen oder? Hier! Das war ein wenig verwirrt. Alles klar! Ähm... Wir müssen noch mal aufgehen, gell? Weil ich... Piss mich an! Nein! Ähm... Ich hab's mir schon gedacht, dass da was ist, ja. Aber ich glaub, so machen wir sowieso zurückkommen. Ähm... Ist da noch was zum holen? Kann ich da drüber kracken? Geht's da irgendwie runter? Ich glaub ich... Es war sowieso runtergegangen. Pfff... Okay! Dann können wir schnell schauen, ob wir da irgendwas finden. Mir fällt grad ein! Ich hab den blauen Ding da vergessen! Entschuldige! Geht's mir noch schnell zurück? Sind wir oben? Nein! Irgendwo oben? Nein! Ich müsste da direkt drauf schauen, wenn ich so schaue. In der Ecke... Da... Ach, come on! Ich muss einen Haufen... Ding nicht... äh... Übersengel! Einen Haufen... Ähm... Grüne... Auto müssen wir schon was eng haben, weil... Wo... Da unten? Okay... Ziemlich sicher da unten da, oder? Jo... Ja! Komm! Alles klar! Gut! Das haben wir! Äh... Ich hoffe, wir finden... Äh... Ich hab gewusst, dass da noch was ist! Oder ist das Geryskraut? Oder ist das Geryskraut? Geryskraut... ähm... Gibt's da noch mehr zum Einigen? Machen wir da drinnen? Ja! Na passt! Gut! Ähm... Es wird immer dunkler! Für euch ist... Ist... Ist super hell! Ähm... Bei mir ist alles ein bisschen... Angst anflößend! Ah! Bitte kein Respawn! Da... Sehen wir... Irgendwo noch... Ein blaues... Na gut... So... Keine... Und wenn du nicht gesehen hast... Was da herumschwimmt... Eher schlau! Gesundheit! Der ist mit Pferd und Bogen beschossen, oder? Donde estaas? Donde estaas? Okay, ich glaub, von dem Schluck kann ich mein Messer fallen, das heißt, ein Messer upgraden wird. Nice. So, drei, vier. Ich brauche auf jeden Fall, ein bissl los. Ja, weil hinten zieht nix an, oder? Na, 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 na. Okay, gut, gut. Nein, nicht. Das ist Gewehrmunition. Wir haben, haben wir das Gewehr? Was? Hörst du da um? Penner. Ja, die Musik hilft halt echt nix. Äh, um mich zu beruhigen. Ja, natürlich. Ich habe sie gewandert. Wo werden wir hier? Ja, dann. Hier habe ich die Beeps. Das ist hier. Wooppa! Was da! Das ist doch geil! Der Hund rennt mir einfach in den Gegend! Oh! So wird auch ein Armlöchter genannt, der alt ist, eine antike Pfeife. Irgendwas schlagen. Das sparen uns viel. Irgendwie Bomben. Ich will den bitte nehmen, danke. Nice. Wir brauchen Loot. Habst du gesehen, wie knapp das war? Mega. Was kommt da oben? Die letzte, ich glaube ganz oben da. Ja, wäre meißig. Ähm. Ist ja kein Weg, wie wir da oben kommen. Darf vielleicht. Ja. Gehen wir weiter, gehen wir weiter. Boah. Das ist eng. Einfaches Gefechts. Warum kann ich das eigentlich nicht oben? Oben da. Ein Schatz. Und den Schatz holen wir uns hier direkt. Das ist alles. Teil Stück B. Ich liebe das, Junge. Und der Viper. Das ist die Viper Nummer 5. Echt? Okay. Gut. Wir haben ihn eben oben so boah gekeild. NOOOOO! Wir sind nicht gestorben! Ähm... Das ist, ähm, was wir davon taken, okay? Ja, ich bin leider... Ja, nimmer. Hilft dir nix. Aber du kannst es machen. Okay. Aber du kannst es machen. Das ist ein Fehler, oder? Okay, nachdem wir das erst Glück haben, bin ich eigentlich rechts drin. El Diablo! Eins, zwei. Okay, ich hab auch einen Plan. Ja, ich hab auch einen Plan. Okay, ich hab auch einen Plan. Du kannst es gehen! Du kannst es gehen! Du kannst es gehen! Und wo ist du? Ähm, der ist in peace. Ist. Kann sein! Was ist das? Zit! Wenn wir was messen können, was ist mit du? Ich bin da unten! Hallo! Ich bin da unten! Ja! Enjoy yourself! Oh, super! Stagger! 400 pesetten! 400 pesetten! Ist ein Schuss 400 pesetten wert? Ja! Alles klar! Geh mal eine da! Den befreien wir jetzt! Okay! Ah nein! Äh! Wieder 400 pesetten! Jawohl! Boots Benzin! Das ist was ich über zu sprechen! Das ist was ich über zu sprechen! Leon, du bist so quinsch! Alles klar! Da ist der Alter hier! In die Kommentare below, wer was der Alter hier ist! Grüß euch! Servus! Ja komm! Der war fast ein wenig schnell jetzt grad! Ah! Das despawns! Okay! Das despawns! Okay! Das despawns! Wir rennen zurück! Sollt alles erledigt sein! Wir haben auf der Karte nichts mehr verzeichnet! Was selten ist! Was selten ist! Die Spawns habe ich schon spawnen lassen! Ja! Wir haben immer noch 30 Munition! Okay! Wir gehen da auch anders rauf! Da sind wir da am Anfang zurückgekommen wieder! Ah! Just like this! Amazing! I'm an amazing gamer! Ja! Let's go! Ähm! Ich weiß nicht warum jetzt die Musik wieder so ähm angsteinflößend ist! Ähm! Ich mach das jetzt vor der Zambas! Gehen wir vorher safen! Na! Ja! Na! Wir! 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 Wir brauchen nichts safen! Weil wenn wir sterben haben wir eben den nächsten Checkpoint und wir verlieren ja nichts! Hoffe ich! Let's go! Aha! Der fühlt aber schnell! Das ist doch geil! Let's go boys! Der Hund rennt kurz! Der Hund rennt kurz! Oh nein! Oh nein! Oh! Auf dem Arschirm! Super! Das ist doch geil! Der Hund rennt kurz! Der Hund rennt kurz! Oh nein! Oh! 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 What was? Oh! 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 Okay, let's go, boys. Hapu, ne Vorbereiten? Der wohnt ähnlich, Hapu. Okay. Easy. See? Okay, let's scare you. This is nice. Who is that? Who is that? You think you can swallow me whole, huh? You can try. Okay, Zufall. Warum hab ich unendlich Sperre, by the way? Hapu, ne. Ne, ich beschwere mich nicht. Ich werde mich nicht beschwören. Aber du hast dich zu sp 나가, wie es stępie okay? What the hell? Oh nein Det war's Konny, der ging da Niks Du fetter Molch, komm her da Jesus Christus, herr im Himmel, schau rüber Ok, das ist ganz easy, und jetzt ist das nacht Ok, der Virus zeigt Wirkung Na gut, so lange ist er nicht während dem Kampf umfallen Das war ja ein Wahnsinngewinn Ich schleich die Kapitel beendet Cool, ein Ergebnis Schleich in der Befall, nice Oh, das ist ein Erstaunt Genauigkeit Was heißt Genauigkeit, bitte Da haben wir einen Und dann, also in jeder Level gibt es einen, schaut aus, keine Ahnung Nachdem es zwölf gibt, gibt es zwölf Kapitel Na dann Schreibmaschine, Spiel speichern und wir machen nur ein bissl weiter Bissl Bis zum nächsten Sprechepunkt, weil die Sprechepunkte sind sehr nah Äh, beieinander Gut, oder? Sacrificial Ram You will receive our most sacred body It begins now When day breaks You two will join our covenant To share In my holy blessing Forever Visionen? Werde wahnsinnig, was weiß ich? Ähm, du hast ein Leck und du hast Blut Hat sich verdampft Ah, mal klicken, guck, das war Nummer zwei Aponen drin, ne? Alles klar Wir werden die Ashley jetzt befreien Ah, gut Oh Oh! Huckabar. Ja. We know who that is. Schlüssel? Achso. Moment, nicht der Schlüssel ist in der Kirche. Nein. Nein, die Ashley ist in der Höhle, ist in der Schlüssel zur Kirche, wo die Ashley ist, ist in der Höhle. Ist irgendwie verwirrend, was? Es war ein Boss, da ist schon wieder die Mutter, der Hammer ist. Na ja. Konntest du eigentlich schon? Oh ja, genau das wollte ich. Immer schon mal tun. Ähm. Höhle mit Materialien. Mit Malereien, mit Materialien. Okay. Begegnung definitiv, ähm. Mal Richtung Sackgasse. Okay. Don, 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 okay. Echt eindeutig, wie wir walken müssen. Schützt euch vor, das war im echten Leben auch so. Hm? Wie viel grünes Kraut bitte? Wie kann es sein, dass wir nicht, dass wir so wenig grünes Kraut finden? Vielleicht wel wieder hier, um? Vielleicht wel wieder hier, um? Wat da? Wat ist denn da noch? sieben schuss naja gut dass wir für die anderen noch mehr einbrauchen was das ist bad oh wow okay blood rituals nice spiel mal ein bisschen ja toll Was ist dieses Ort? Es ist noch kein Mal rein, by the way. Okay. Von der Evelyn. Oh, ha. Aber nur mit den Händen, ne? Was würdest du mir machen? Okay. Ganz eindeutig brauche ich zwei... ...Items. Sieht nicht so aus, als wäre ein Gegner da. Ja, aber das muss aktuell sein. Da oben ist was, äh, da, direkt... Da. Ist was... Medusa-mäßiges. War das so? Ah, so. Haha. Wir werden immer besser mit dem. Da unten aber auch. Ähm, ganz in der Ecken. Oh. Sind die Atems, die ich brauche? Ich verstehe. Das ist ja geil. Das ist ja absolut geil. Okay. Na dann. Wir nehmen uns dann keine Gegner. Und wenn, dann werden wir es schneller. Ausmerzen. Okay. Das ist super. Alter Wegscheinschlüssel. Ich weiß sogar, wo wir den benutzen können, glaube ich. Oh, Auftrag. Bring mir ein seltenes goldenes Hühner ein. Was ich damit vorhersagen immer so mal. Ich denke, er will man nicht lieber nicht wissen. Nicht spezifiziert. Okay. Alles klar. Ähm. Da ist der Speicherpunkt. Und da werden wir auch gleich hingehen. Weil da da wird der Kopf sein. Das heißt, da werden wir einen Haufen Sachen kämpfen können. Ja. Ähm. Und. Wir können irgendwo den Ding benutzen. Ich glaube da oben sogar. Wir werden aber nicht extra zurückgehen. Aber wir werden jetzt speichern. Und werden dann die Episode beenden. Gut. Das hat ja alles super funktioniert, wa? Jo, grüß dich. Bist du noch da? Jawohl, grüß dich. Jawohl. 12x4. Hochleistungsfernrohr. We like our herbs we do. Heal a man. Kill a man. They do it all. Hehehe. Elegant Mask. Eine Maskungsspiegeletrage auf der Stimme. 3 Runde Vertiefungen. Oh. Schulter. Stütze Ja was das leser ist hier Es ist es ist leider Also ein bisserl über 10% Stärkung Dass die so teuer sind stört mich Du kriegst ein BANG für euer BUCK Ich garantiere es Broken Launcher Koffer Erweiterung Ok Sonderangebot Minen Aufsetzen Aber ganz ehrlich Da hab ich was Der Koffer uns die elegane Maske Gingern jetzt Wie viel Vipern Warum hab ich so viel Vipern Vipernjagd Drei Vipern verkaufen Das ist was zum verkaufen Ich verstehe Was kann ich euch in Perfekt You're a real profession Jetzt hab ich vier gekriegt Ok Ähm Das können wir nur verkaufen Antike Pfeife können wir verkaufen Seidenkristall Ist nur so So verkaufen Die haben Drei Rubine noch Das ist wunderbar Schaut euch das an Jetzt machen wir bloß Eins Zwei Drei Und Nice Dafür hat uns nur ein Teil Stück Was ist denn Ich will dann die Bolzenwerfer ehrlich gesagt nicht wenn ich ehrlich bin Den können wir drauf sitzen Moment Den können wir alle verkaufen Den Ich will aber nicht verkaufen Gott sei ehrlich Na Müssen wir nicht Ähm Koffer weiter und Koffer aus der Vier Danke No problem Dude Aber wir können uns sogar Die Angriffskraft weiter kaufen Dies zwei Minuten Und das Sonderangebot Ich verbeuge mich Ich verbeuge mich Ich verbeuge mich Was du aufmokst Na okay Alles klar Jawohl An mir bloß Das ist Was Geht sie Oh Das geht sie aber so aus Das ist gut Das geht Die Ports na norte Deine Achso Die Deine Die Okay. Das lesen wir sehen. Ah! Zöd. Gut. Wir haben wieder Platz, meine Freunde. Schaut euch das an. Wir haben aber Schießpulver immer weniger. Ein Minenaufsatz. Woher? Ein Bolzen. Ha! Kann ich denn aus dem eigentlich Bolzen herstellen? Ja, genau. Ja. Bolzen, was kann ich denn aus dem herstellen? MP-Munition. Oder Gewehr-Munition. Und ich hab aber noch kein Gewehr. Also, hm. Obola. Ist dem geht's? Pistol-Ammo? Oder... Wie immer Fliegen-Munition. Stellen wir einfach... Fliegen-Munition her, oder? Weil... Ganz ehrlich, Digga? Falls er Post kommt. Möchte ich denn schon. Ähm. Und nachdem wir jetzt nur mehr Anschluss... Nee, wir brauchen Pistolen-Munition wahrscheinlich. Fünf Bonus. Nice. Nur mal fünf Bonus. Sauber. Jetzt haben wir... ...Red Eagle Ammo. Zum... Saufordern. Aber das ist das Letzte, das wir machen in dieser Episode. Wir haben nur mehr zwei Heels. Ähm. Das die maximale Gesundheit erhöht. Die Wiesel-Mischung aus einem roten und einem Game-Cold steigert die maximale Gesundheit. Hm. Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Gelbes Kord. Wichtig. Ich... Wie gesagt, ähm. Ich bin nicht sehr, sehr, ähm. Versiert in die Resident Evil Games, deswegen hab ich das nicht gewusst, schaut euch das auf wieviel Platz wir haben, ich bin so stolz. Hoppula. Geil. Ah das ist ein Maximum Stack, ich verstehe, gut. Gibt sich das. Keine Ahnung, mit Eier können wir's poolen oder was. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, wir haben hier ein 66es Teilstück. Ihr werdet wahrscheinlich nur eins finden, bevor wir das Gebiet verlassen. Und da wird's weitergehen, ich weiß ziemlich sicher wo man den einsetzt. Die hier und da, ach so, Moment, okay. Der öffnet alle die Scheine, die die Schlüssel haben. Wir können die zwei öffnen, eine Idee vom Anfang und eine Idee relativ in der Nähe. Aber es wurscht. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen wieder. Äh, lasst uns mal gerne ein Like da, wenn es euch getaucht hat. Lasst uns bitte einen Sub. Da uns den nächsten Video einschalten wir jetzt zum WD Variety Channel. Jeden Tag, sechs Videos, immer Livestream und um 9 Uhr ein englisches Video. Falls ihr das schauen wollt, es hat mir sehr gefallen. Lasst uns mal gerne einen Kommentar da. Mit der Flinte, ähm, werden wir jetzt das Video beenden. Oh, hallo. Äh, lasst, wie gesagt, lasst uns mal gerne einen Kommentar da. Wie ich gesagt hab, ähm, wir sehen uns morgen oder in der nächsten Episode. Für euch. Für euch.